Heute werden wir 1000 Skelette gegen einen Menschen und einen Bären probieren. Schaut einfach selber. Hier sind wir auf jeden Fall. Hier sind auf jeden Fall die 1000 Skelette hier oben. Auf jeden Fall wie ihr seht hier. Und jetzt gehen wir mal kurz runter. Und spawnen hier jetzt mal ganz kurz einen Bär. Und die ballern so drauf. Wir werden jetzt ganz viele spawnen. Die sterben alle. Und was wird passieren, wenn wir hier jetzt einen Feuerturm hin tun? Oh mein Gott, die Skelette wurden voll weggesmasht. Vielleicht 500 Stück oder so. Und was passiert? 1000 gegen einen Wirbelsturm. Ich muss kurz schauen, wo der ist. Und hier ist auf jeden Fall der Tornado. Was wird passieren, wenn wir hier jetzt ein Tornado pflangen? Oh mein Gott, Leute. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Das Spiegelfühl crasht einfach. Ach, oh mein Gott, ey. Es ist so heftig. Wir spawnen jetzt hier ganz viele. Oh mein Gott. Und die ganze Welt wird gefühlt hops genommen. Ich würde sagen, das war es mit meinem Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.